Hallihallo meine Güte, es ist Abend, Mittwochabend, die Arena schön beleuchtet, natürlich packevoll Champions League Zeit, Bayern München gegen Eindhoven, oh was für ein Kracher, vorher aber noch der Hinweis, wir haben natürlich auch alle drei anderen Partien von unseren deutschen Vertretungen für euch gezeigt, Leverkusen, Tottenham, Lissabon, BVB und heute gab es ja schon Gladbach gegen Glasgow. Wenn ihr das nicht gesehen habt, schaut es euch an, insgesamt 14 Treffer haben wir in diesen drei Spielen erzielt, das ist eine Ansage, vielleicht können wir die Werte nach wie vor hochhalten, mal abwarten, ich will hier natürlich für eine Überraschung sorgen und ihr schreibt es in den Kommentaren, ob mir das gelingt, ein R davor für das reale Match und ein F davor, hoffentlich für mich und wer abstimmt, der wird dann in der nächsten Gruppenphase oder am nächsten Spieltag der Gruppenphase hier im Video erwähnt und wer dann die meisten Tipps richtig hat, ihr müsst natürlich im Idealfall unter jedem Video einen Tipp abgeben, der wird dann unser Tippkönig. Ja, das ist natürlich Spaß und Spannung pur, wenn viele mitmachen und deshalb, kommt, nehmt euch die Zeit, schreibt ein paar Kommentare. Richtig. Aber das Anfangsbild war, ui, göttlich, dieses schöne Bild der Arena, das war herrlich. Ja. So, aber jetzt ist Schluss mit lustig. Thiago. Ja, Bayern natürlich nach der Niederlage jetzt gefordert. Leberie. Leberie. Er hat es einfach mal probiert. Ein Herz gefasst. Oh, gelb, für was denn? Für wen? Für mich? Oh, schön. Thiago. Ach, nicht warum, aber... Weiß ich jetzt auch nicht. Oh, das war mir nicht sicher. Müller. 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 Oh. Ist auch egal. Das wird wohl nochmal gelb geben. Ganz starker Block. Ja, die Rollenverteilung ist natürlich klar. Die Gastgeber sind der Favorit hier. Ideal. Oh. Oh, scheiße. Geil, Sau. Oh, was machst du da? Ja, das hätte gefährlich werden können. Mucke muss klären. Ja, vom Gegner ist krass. Muss der Mucke erstmal klären. Es gibt Gelb für Müller. Da legen wir aber ein bisschen nach. Nochmal ein Wurf. Ja, unentschieden ist natürlich... Was du hast? Ja, ja. Unentschieden wäre für mich natürlich schon mal eine klasse Sache. Würde ich mich drüber freuen. Ja, haha. Aua. Geh auf. Alter, Vidal. Was machst du da für ein Kutschukchen? Super. Oh. Was für ein Abspiel hier. Oh, der Ball ist zu weit vor. Er hat den trotzdem noch. Oh, nein. Oh, nein. Oh, jetzt ist Platz. Ah, scheiße. Vorbei. Rehmarie. Rehmarie. Er rennt. Er rennt. Er rennt. Er rennt. Er rennt. Er rennt. Und er schießt. Und... Vorbei. Daneben. Komm weiter, Randa. Ah, das wird gelb geben. Ganz stark. Jetzt geht es auch um die Ecke. Ja. Und hier die erste gelbe Karte für mich. 27 Minuten. Och, Vidal, was machst du denn da? Mann. Komm jetzt. Ah. War ja ein Druck voll. Ja, das stimmt. Oh. Und denn so ein scheiß Pass. Fuck. Oh, das war sauber. Ich habe echt gedacht, der... Oh, das war auch scheiße. Das war super lahm. So. Thiago. Auba. Oh, Thiago. Nein. Meine Güte. Konzene Bewertung ist scheiße. Sieben zu eins Schüsse. Sieben zu eins Schüsse. Komm, weiter, weiter. Das Spiel hängt. Das Leute... Oh, Schüsse. Ja, gut. Sauber gesehen. Ah. Ja. Ja. Immer, immer, immer einer dazwischen. Super. Da ist jetzt aber sehr viel Platz. Und Boateng hat das sauber gemacht. Das war zu schwach. Allonsor. Ideal. Da ist halt sehr viel Präsenz heute. Ja. Super. Super gesehen. Oh. Wow. Das war auch scheiße gefährlich und schon wieder verkackt. Alla. Ja. 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 Immer noch einer davor. Das kann man den Gästen hier wirklich gut schreiben, dass sie sich in jeden Ball werfen. Aber offensiv ist das natürlich zu wenig. Ja. Da kommt vor Bayern definitiv mehr. Ja. Das war wieder ungefährlich. Zwei Minute. Sind die schon abgelaufen? Ja. 0 zu 0. 0 zu 0. Das ist... Ja. Ein Schüsschen hat das so. Ein Schüsschen. Oh, guck, guck, guck dir mal die Schüsse an. Hier unten. Bei der Grafik. Von wo du überall drauf gezogen hast. Neun Schüsse. Fünf gingen aufs Tor. Ballbesitz bin ich gar nicht mal so schlecht. Zwei Kämpfe. Natürlich. Da führe ich. Das war ganz klar. Fouls. Ja, das waren gleich die ersten Minuten. Zwei gelbe Karten für dich, eine für mich. Oh, ein verletzten. 43. Minute. Vidal. Oh, scheiße. Okay, der muss ersetzt werden. So, Ecken. 2 zu 0. Okay. Schussgenauigkeit 55%. Ich bei 0%. Fassgenauigkeit bist du leicht vorne. Okay, dann kommst du hier. Ja, also ich bin realistisch, wenn ich hier einen Unentschieden retten kann über die Zeit. Da bin ich total zufrieden. Ich glaube, darüber können sich die Niederländer auch freuen. Das ist dann ein gutes Ergebnis. Ja. Also, Vidal raus. Himmich kommt. Ja. Himmich, der aufgehende Stern am Fußballhimmel. Das stimmt, ja. Gefällt mir sehr gut, der Typ. So ein Scheiß. Das darf nicht passieren. Ganz stark. Schön gemacht. Oh, schade. Schade. Sag dir sauber. Sag dir sauber. Oh, er bleibt liegen, sitzen. Geht der jetzt mal auf? Jetzt mal die Möglichkeit. Nein, 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 nein. Sag ich doch. Schön. Oh, und der ist natürlich dann voll drüber. Schade. Der Neuer hatte eigentlich so. Und der nächste verletzt. Ja. Oh, ich hole auf. Bin ich gut. Oh, das war aber doch. Also, bitte. Naja. Ja, Ribery muss natürlich sofort antanzen und meckern. Äh, Rot, warum gehst du nicht vor? Warum gehst du nicht schon von der Platze? Okay. Dann, wo haben wir denn da? Nein, nicht ihn. So. Dann muss er hier rein. Dann werden wir dich auch noch rausholen. Und dann kommst du rein. So, jetzt, 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 jetzt wird hier alles rausgeholt. Ganz stark. Ja. Oh, ist das ein enges. Das ist ein enges Getümmel hier. Ja. Oh, super. Komm, komm, komm. Da rennt der Alaba schon hinterher. Schöne Flanke. Ja, es gibt Freistoß. Es gibt den Freistoß. Alaba ärgert sich jetzt hier. Das ist auch das Schwachsinn. Pass hin. Das ist ein Sprint, wenn man sich das so anguckt. Ja. Das ist denn zu sauber, oder was? Lol. Das ist doch für ein Scheiß. Nee, sag mal. Nicht schlecht. Oh. Ja. Der ist der nächste Verletzer. Krieg ich einem ab. Ich will nicht mehr wechseln. Komm schon. Gelbe Karte. Verdient. Na klar. Irgendwie Prepper. Prepper. Ja, der nächste ist verletzt. Echt? Ja. Coman wird angezeigt. Der ist verletzt. Oh, cool. Drei Verletzte. Das ist ein Rekord. Das ist ein Rekord. Rebari. Das ist ein absoluter Rekord. Also drei Verletzte hast du noch nie geschafft. Nee. Ich ja? Du noch nicht? Ja. Oh, Kimmich. Gut, der Ball behauptet. Und ich kann nicht mehr wechseln. Oh, Kimmich. Ah, die Taktik geht hier auf. Einfach alle töten. Ja. Oh, schön gemacht. Oh, nein. Oh, nein. Es hat gespielt, als er verletzt Klöchel. Ja. Dass der nicht reingeging. Aber das war schön gespielt. Oh, ah. Schön. Super. Oh. 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 Ja, komm, komm, komm. Ganz stark. Aber weit nach vorne. Oh, das war nicht weit nach vorne. Nein. Oh, da ist das 1 zu 0. Jawohl. Ja, endlich. Lewandowski, wer soll es auch anders machen? Ah, Mist. Oh. Meine Fresse. Keine Chance für den Keeper. Oh. Oh. Ja, gut. So scheiße. Zieh, 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 zieh. Oh, da ist natürlich keiner mitgelaufen und die Flanker kam auch überhaupt nicht an. Super. 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 Ganz stark. Nein, das stimmt nicht. Super. Ja, hast du noch. Ist weg, der ist weg, der ist weg, der. Oh, schade. Ja, die Stimmung steigt hier jetzt. Aber cool, er kann immer noch rennen. Er humpelt, aber er kann noch rennen. Ach, was war das denn? Oh, da musste Neuer jetzt auch mal richtig parieren. Erste richtige Parade heute. Oh, scheiße. Also der Hackentrick ging ja voll daneben. Okay, Lewandowski muss es. Ja, hau ab da. Ja, was? Rot. Jetzt ist Lewandowski auch noch verletzt. Wir sind bei vier Verletzten. Ja. Warum kann ich mehr wechseln? Der globale Rekord gehört mir. Oh, fuck. Wobei, er führt immer noch. Jetzt. Da ist der Ausgleich. Das kann nicht wahr sein. Ey, ist das geil hier. Er ist ein Scheiß. Boah, ich krieg zu viel. Die Sensation. Glückte mir hier etwa. Jetzt hör auf, meine Leute umzubringen. Da wird's angezeigt. Lewandowski. Oh, fuck. Oh, fuck. Oh, fuck. Oh. Fuck. Meine Güte. Und jetzt gibt's nochmal Gelb. Nachträglich. Nachträglich. Für dich ist aber Gelb. Ach, komm. Nochmal Gelb. Jetzt. Oh. Das war ja gar nichts. Der war ja fast drin. Oh, was machst du? Eins zu eins. Stärke Leistung. Wir gewinnen hier ein Pünktchen. Und damit geht tatsächlich diese Champions League Runde unentschieden aus. Für mich ist das, ja, ein neuer Rekord. Freue ich mich. Und natürlich ein neuer globaler Rekord. Vier Verletzte in einer Partie. Das habe ich, ich würde mal sagen, gut hinbekommen. Schreibt es mal in die Kommentare. Alter Schwede, ey. Und das ohne rote Karte. Ja, das stimmt. Ah, nee. Dann schauen wir nochmal auf die Werte. Schüsse. Du mehr. Schüsse aufs Tor. Zwei gab es bei mir. Einer ist reingegangen. Ball besitzt weiterhin ganz knapp hier. Zwei Kämpfe. Oh, da führe ich deutlich. Fouls gleich. Gelbe Karten gab es sieben Stück. Lahm in der 90. Minute hat hier nochmal genau eine gesehen. Stimmt. Hatten wir ja vorhin noch gesehen. Ja, Verletzte dann vier Leute dabei. Meine Güte. Alonso Vidal. Koman und Lewandowski. Also das war heftig. Beim Koman kam erst neu rein. Und das ist nicht Dreck. Ecken 2 zu 0. Schussgenauigkeit bis der Besserpassgenauigkeit auch. 1 zu 1. Mich freut es. Ich habe nicht verloren. Ja, das war ja gar nicht mal so schlecht. Morgen geht es mit Europa League weiter. Mal abwarten. Da ist es ja auch ausgeglichen in unserer Statistik. Vielleicht gibt es hier nun einen Favoriten, der dann mal zwei Spiele in Folge gewinnen kann. Lasst euch überraschen. Wir sehen uns morgen wieder. Bis dahin. Tschüss. Tschüss.